Wie kann man einfach unschuldige Leute zusammenschlagen? Hey! Aufhört! Konzentriert euch nur auf Spider-Man! Ich werde dich hier holen! Jetzt hab ich dich, Kleiner! Ich bin mit dir überfallen! Der war ein Loser! Ich nicht! Ja! 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 Man, natürlich fallen mir jetzt erst die guten Sprüche ein! Das nächste Mal! Danke! Vielen Dank.